Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Schubst der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Weihnachtsnase. Willkommen zurück zu UNO in der Rabbit Edition. Mit 7 zu 0er Regel. Mit 7 zu 0er Regel. Yay, und Mayo sitzt neben mir. Ich kann zwar trinken. Yay, ein Vernünftigen neben mir. Also links. Ich sitze dir doch gegenüber. Nick, das wird sehr interessant. Glaube es mir. Ja, pass auf, jetzt hat keiner eine 7 oder eine 0. Ach doch, doch. Ich schon. Aber ich kann es nicht legen. Doch. Mano. Hm. Hm. Okay. Ich habe Griff wie Tausende in meiner Runde. Oh. Was ist das für ein Müll? Ja, ich habe gehört, die holen immer meine Karten wieder. Hm. Das war eigentlich voll unnötig. Es waren gar nicht deine. Ist egal. Es war wirklich. Stimmt. Hm. Naja. Es war wirklich voll unnötig. Macht nichts. Alles gut. Es ist spät. Ja, ich möchte doch nur auch mitspielen. Nein. Oh. Nein. Hallo. 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 Hallo zu machen. Er hat gewinnt. Oh. Nee. Echt nicht. Die Uhr geht jetzt in der Stunde. Nee. Nee. Tja, okay. Hatten wir eigentlich mehr erhofft. Wollen wir jetzt Pech haben? Oh nee, okay. Okay. Mann. Kannst du mal auf... Nee. Nicht mit mir. Ja, ich habe auch nichts dran gebt. Ja, dann zeig mal her. Dumm. Oh. Ich hasse dich. Ja, komm. Darf ich nochmal aussetzen? Ja, das war sowas von klar. Oh, Benni. Dann leg sie. Er behält die Null. Scheiß werde ich tun. Hat er denn nichts anderes außer Nullen und Sieben noch? Nee. Nee. Er hatte eine Null und zwei Rote. Einmal davon Richtungswechsel. Und eine Zwei ziehen. Ja, jetzt setzt. Quatsch. Ich doch nicht. Ja, toll. Ich ziehe jetzt vier. Ah, nee. Hey, guck mal. Ja. Möchtest du nochmal? Nein, er möchte nicht nochmal. Schlechte Idee. Wir haben die Rabbit Joker gar nicht eingeschaltet, ne? Doch, müsste eigentlich. Aber eigentlich müsste das. Also ich habe sie nicht ausgeschaltet. Okay. Warum habe ich jetzt Rot gewählt? Weil du das? Das weiß ich nicht. Okay. Gut. Dumm und bescheuert und alles. Äh. Letzten Verstand am Gilden versoffen. Nee, wir haben keine Rabbit Joker. Die sind nicht drin. Hm, komisch. Ich habe sie eigentlich nicht ausgeschaltet. Äh. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ich würde dann jetzt auch gern mal... Hallo. Das ist zu viel. Die Scheiße ist, wenn man Pech hat, hat man sie selber gleich in der Hand. Ja, genau. Äh. Nein. Doch. Seid ihr bald fertig? Das ist doch nicht euer Ernst. Boah, durchaus. Du hast mehr als genug Auswahl. Ja, das stimmt wohl. Ich hätte es auch gerne meine nehmen dürfen. Nee. Warum nicht? Ja, komm, gib die Meier die Karten. Wenn der Fanny sagst jetzt noch Bescheid, ja. Das sind Meier, jetzt gibts die wieder her. Nice. Ja, dafür darfst du jetzt direkt mal aussetzen. Nee. Boah, Benni, du bist so ein Anti-Mate. Wieso, der kann doch eh nicht mehr blau. Ja, trotzdem. Ja, toll, super, sag ich doch. Toll, das werd ich dir abbekommen, toll. Nee, da hätte er ja nicht ziehen müssen, hättest du die Scheiße nicht gelegt. Ohhhh. Oh, ein Rabbit-Joker. Oh. Oh, ein Rabbit-Joker. Hä? Ach so, weil du gerade ziehen musstest. Gerd, gib mal die Karten. Der Nick hat hier auch, sehe ich gerade. Einmal Richtungswechsel. Was ist das denn für ne Scheiße? Ja. Ist die großkotzige Kacke, die ich jemals hatte. Du setzt aus. Ich erkenne meine Karten wieder. Boah. Nervst du? Das ist doch nicht wahr. Danke. Wanderhure in Form von Karten. Oh boah, ist übrigens ein guter Film. Meine Karten kommen mir grad vor, als wär das voll die Schlampen wär, ey. Toll, und hier sitzt der Niederländer mit dem Wohnwagen, weißt du? Super, toll. Ähm. Ja, ähm. Leg nur 7 und tausch nur hier. Nee, ich möcht die da. Nee. Meine Karten will ich nicht mehr, das ist ein Schlampenkarten, die gehen durch jede Engel. Nee, nee, nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, komm. Das ist doch scheiße. Musstest du jetzt gerade wieder ziehen? That date may have a late. Doch. Aber, aber nee, diese... Ach nein. Da sind sie doch. Da sind mal wenige drin mittlerweile, ne? Was? Ja! Nicht klar! Was? Also normalerweise macht der das doch so, dass der einmal an alle Gegenspieler verteilt und dann einmal an alle Spiele. Nein, das ist... Der hat jetzt alle Benni gerissen. Das ist voll random. Benni, du kannst doch legen, ne? Mal so nebenbei. Mal so nebenbei. Wow. Sehr schön. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich will nicht! Oh, danke! Du musst dir jetzt mal einen ziehen. Ne, der hat acht gezogen. Ich hab acht gezogen. So, wer jetzt nicht kann, kriegt zu. Du hast acht gezogen und hast jetzt nur... Ja, du da kannst... Fünf. Mach... Okay. Oh, was mach ich denn? Was mach ich denn? Ich mach mal das. Nein. Ich mach das. Ja. 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 Kommt da noch was? Äh... Ich hab einen Rechnungswechsel gemacht. Bei uns ist nix passiert. Bei uns nicht. Ich hab gelegt. Äh... Bei uns nicht. Haben wir vielleicht Connection-Probleme gerade? Könnte sein, weil bei Gerd läuft auch keine Zeit runter. Mhm. Äh... Ja. Dann verlassen, oder was? Dann würde ich sagen, endet diese Folge hier unerwartet und wir sehen uns in der nächsten. Ganz einfach. Unentschieden halt, ne? Ja. Ja. Bis dahin. tschüss